ich weiß nicht was du meinst ich glaube in der privaten lobby kommt es noch viel besser wenn da wirklich vier mann vier mann gegen einen killer ja klar vier mann gegen ein ich bin immer so der mensch ich fühle mich einfach nur wohl im spiel etwas freischalten kann und alles besser ich liebe sowas einfach das gefühl dass seine mission war keine ahnung er wusste nicht was er macht was ich bezweifle aber dafür hat er schon zu viel perks deswegen das werde ich ganz stark 200 bestimmt gesehen und guck mal sind ein paar noobs kommen dass sie mal ein bisschen ich war immer so wenn es danach geht müssten wir eigentlich wirklich ein wanner haben eine heilerin und zwei mechaniker die wandern läuft schon rum und lockt den killer an die heilerin bleibt immer so unmittelbar in der nähe um die zu heilen und das heißt wir runter zu holen und dann zwei mechaniker an der zeit drück mal bereit ich bin bereit ich bin bereit zum abkasten mal jetzt geht es auch ja wir haben wir haben zwei und zwei wanner ein heiler und eine mechanikerin achtung der peter jetzt schon zehn aufrufe das bei der leitung zehn aufrufe so fast überhaupt zu viele abonnenten ja ein stück hat er hat drei jetzt dazu noch die ganzen leute hey patrick ich hab dich noch nicht abonniert weil ich ja eh immer live dabei sind also brauche ich keine benachrichtigung wenn du irgendein stream machst kannst du raus machen die benachrichtigung komm wir machen uns jetzt jeweils 1000 1000 accounts mit youtube und abonnieren 4.000 abonnenten schon wieder die cool sind form sind da hier bei mir ich bin im kuhstall gewesen ich bin gleich beim generator ich auch und neben mir ist genau ein haken oh hey patrick patrick nee digga hey hier ich bin bei dir ich bin bei dir auf jeden ich habe da gedrückt was war das entschuldigt ach man naja ist er noch bei dir ja er ist die hexe ich glaube ich glaube ich glaube nicht zu dem generator ja ich sehe schon ich glaube woanders sind auch nicht zu dem generator ich soll noch mal haken denn ernst mal lasst mich doch in ruhe scheiß mistvieh sag mal wieder eine richtung generator läuft mit dir er läuft richtung zu den anderen beiden aufpassen aufpassen rennen 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 weil es jetzt nicht der läuft richtung zu euch generator naja ist woanders hingelaufen jetzt kommen wir kurz ganz weit nach hinten also hinter dir hinter den kran noch äh haken am besten ja er ist bei dem generator wo wir gerade waren ist er kaputt hat er kaputt gehauen ja ich bin hier bei den generatoren bei den beiden aber er ist jetzt weg hier von er ist jetzt weg hier von er ist jetzt weg hier von er ist jetzt weg er ist jetzt weg er ist in richtung maisfeld gelaufen da bin ich bei den generatoren hier digga hier und hier ich bin bei dem ich habe die rochner recht neben dir auch medik nebeneinander komm her komm her komm her ich sehe ihn nicht ich bin auch nicht ich kann auch nicht doch jetzt erst bei mir kann nur einer ran da war kann nur einer ran da war mach gut du wenn du willst aber du digga in der zeit wo ich dich gerade geheilt habe kann gerade drei so eine sequenzen alter nein wie er instant wusste auf einen haben wir ja schon sehr schön ja wir haben natürlich nichts was wir machen können aber scheiße der ist genau da hinten ich würde obacht geben ne macht katzenbar und legt ne falle ich bin gleich fertig sag wenn er weiter abhaut nächsten generator geschafft er ist die neben dir aber er hat die falle gelegt sagst du mhm bin gleich fertig gleich direkt vor mir gleich direkt vor mir fertig da ist er ist doch am leben ja das ist doch relativ ich mach den generator jetzt hier fertig ja digga den zweiten noch blöder fatz wenn die helfe braucht sagt er bescheid wo ist patrick flüchten ich weiß es alter die hat überall fällt nur viel ausgelegt das ist riesen ekel achten da ist in der psyche ich renne weg du bist weg ja mein fatz hat mich macht die generatoren ganz entspannt naja ich sehe die würde mich gleich aufhängen genau dabei die oh wer steht denn da keine ahnung er ist der andere älter verpiss dich ich mache hier gerade in ruhe die genau vor mir eine falle schlampe alter schlampe ah merci er hatte jetzt die andere alter macht der katzen nach raus kannst du sehen ja jetzt kommt zu mir schon wieder ich bin jetzt da um beim nächsten mal die du kriegst du die da hinten ich habe ihn schon den anderen typen so ich bin raus leute schon konnte ich heilen den nächsten generator f*** dich ey diese blöde futzer ist die immer noch bei dir oder was ne ist weg doch ist noch mit den anderen typen jetzt an der angel die läuft durch ein maisfeld hat ihn jetzt hängt es im zweiten mal auf und dann ist er weg so wo ist nico brauchst du nicht versuchen die ist gleich weg er trägt schon mal zum tor jeder lustig hin ich wollte ihn hier gerade zum ja jetzt schon ja drei feine in legte bin ja nico kann das ganz gut oder traum bin am tor war da drei zwei eins jackpot katzenwache vorm tor ja vor dem eintor da gibt es noch ein zweites zum glück wo bist du patrick wo ist das zweite tor dahinten 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 ich bin schon mal durch ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin voll bei dir ich bin bei dir natürlich leid dass jetzt da ach mensch ist das nicht so schlimm reparieren gegenwart von drei ganzen generatoren schweres so verlassen oder eine punkte bekommen also langsam kriege ich das echt auf tasche mit den generatoren habt ihr alle verlassen ich bin noch drinnen drück mal kreis upgrade mal gespannt ob du jetzt in meine lobby direkt mit drin kommst äh nein ist das dämlich hätte klappen können schärf gut schärf 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 So, das haben wir, dann kommen wir das jetzt nochmal an. Ah, wer haust du die jetzt? Genau, ich will noch 3.000 Fuß an. Kurz mal da reingegangen. Ah, jetzt kann ich wenigstens schön meine Item, jetzt kann ich meine Sunny-Kiste auf jeden Fall auf Elfa behalten. Kapitän in erster Hilfe, Karsten Hink auf Elfa behalten kann. Okay, schönes Ding, endlich. So, okay. Was ist das hier? Batterie gewöhnliche Taschenlampe. Ich habe auf jeden Fall schon mal Grip-Zange noch freigeschaltet und Drahtspulen, warum auch immer das an meinem drin ist. Soll ich hosten? Ja, kann so. Da ist, was ich? Okay. Soll ich die Zeit. Vielen Dank.